Willkommen zurück zu Tales of Fantasy, ihr kleines Freie nach dem Spiel des Bösen. Nein, natürlich ist Tales of Fantasy nicht böse. Chicken Bano... Sie hat mal wieder Dinge vergessen, die eigentlich Tatsachen sind. Und zwar... Wir haben ja damals in... Ja, allee... Einen Gegenstand bekommen. Und den haben wir ja nicht ohne Grund bekommen, ne? Ja, ja, ja. Aber wer kommt auf sowas? Ich versteh's nicht. So. Jetzt werden wir alle weg, teleportiert, außer Chris. Ja. Schön. Sehr schön. Nicht sehr schön. Ich bin hier ganz alleine jetzt. So, damit ich schneller fliegen kann. Und vielleicht auch noch... ...mir wieder meinen Rauch zurückgeben. Da, 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 da. Damit ich noch schneller fliegen kann. So. Dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir hier irgendwo Schalter und... Es werden große Räume. Ich seh's doch schon kommen. Ich bin hier ganz alleine. Und ich muss kämpfen. Okay. Ich komm so schnell nicht weg. Aber nett, dass die da hinten sich nicht einmischen. Scheiße, das hätte ich nicht sagen dürfen. Na, jetzt kann ich natürlich nichts machen. Ich bin von aller... Das ist auch doch wieder mein Todesurteil. Ohaah. Chris! Was tust du? Soll ich mit Emma hier hinkommen? Ich glaube, das wäre die bessere Entscheidung gewesen. Er kommt doch gar nicht dazu, sich zu heilen. Krass, ich hasse dich. Ich hasse dich. Hier, Rising Phoenix. Wir springen alle! Und sterb einfach nur des Todes! And they will never hurt from again. Komm, komm, komm! Einfach mal gucken! Einfach mal gucken! Aber jetzt muss ich dir was geben. Warte, Ausrüstung. Hm, blubb. Okay. Moment, Chicken. Ja, Ignatian kann ruhig bleiben. Die Boom-Boom-Attacken nehmen wir mal. Einfach nur, weil es spaßig wird. Komm, Tyler Wave. Emperor! Das ist total böse hier. Ich muss das mit Krass machen! Nicht zu wissen! Wie soll ich das denn schaffen? Oh, Meno! Oh! Was soll ich das denn machen? Was soll ich denn mit Feenring? Das schaffe ich doch niemals! Das schaffe ich doch niemals! Ähm, Bist! Okay, ich muss das mit Chris machen! Hättet ihr mir aber auch vorsagen können? Ja, könnte man das mit wem anderen machen, wäre es ja overpowered. Was soll ich denn mit Feenring? Chris! Das wird ein Spaß. Ich kann das doch niemals alleine. Das wird noch ein Spaß, Leute. Das ist böse. Ich hasse ihn jetzt schon. Ich werde keinen Schritt weiter... Ihr werdet keinen Schritt weiter gehen. Es sei denn, ihr könnt uns die vier Brüder besiegen. Ich hasse dich jetzt schon. Licht. Ich weiß nicht, wie jemand mit Licht in meinem Team. Einfach mit Biest zu boxen und dann vergiftet werden. Scheiße. Warte, wie ist es zu boxen? Dann müsste der am Boden liegen oder auch nicht. Wo in der Mitte? Ich kann das doch niemals alleine machen. Aua, jetzt liege ich am Boden. Chaos Blade. Überhaupt nicht witzig. Ja, renn weg. Renn weg. Renn weg. Tritt doch auf mich drauf! Ja! Töte mich! Töte mich! Pisser! Dieser ekelhafte! Oh Gott, ey! Die Augenblabe wägt ja schon mal total klasse an. Oh schön, noch eins. Ah, ich muss jetzt sechs Stück davon finden, oder wie? Damit jeder in meinem Team... Ja, I can see where this is going. Hm. Kochen. Ah, du, 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 du. Reißbällchen, ihr halt Vergiftungen. Das kann ja ein Spaß werden. Oh Gott! Ja, kein Schritt weiter gehen, die vier Brüder besiegen, blablabla. Noch ein Handzoo. Das war die Falschattacke. Egal. Ah, erst mal wieder die neuen Keys gewöhnen. Chaos Blade. Aua! Bewerf mich nicht mit deinen scheiß Kunai. Chaos Blade. Chaos Blade. Beast. Beast. Vielleicht ist die Empfang da nicht gerade angebracht. Oh, pssst. Nein, 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 nein. Na komm schon! Zerschnibbel ihn! Das ist doch schon viel besser! Perfekt! Haha! Ja, you did it! Freu dich! Ja, das Emblem! Ja, ich muss für jeden einen finden! Ach du Scheiße! Moment! Vier Brüder? Aber wir sind doch zu sechstem... Wo kriege ich dann das sechste Emblem? Noch mehr Wege, noch mehr Räume! Wieso? Ich will nicht mehr! Ja, keinen Schritt weiter geben, bevor er nicht die vier Brüder besiegt! Noch ein Hanzo! Au! Tipp doch einfach! Ja! Siege höherrangige Gegner, den du als allererstes bekommst! Was? Wie er mir hinterher geraten ist! Aua! Steh auf! Gut gemacht! Ich meine, ich trage noch das ewige Schwert, ne? Oh, sieh! Oh, Herb! Tadadam! Charlotte! Dun 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 dun! Ein Buch. Kappe. Ahi, 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 ahi. Hier waren wir schon drin. Hier kommen wir, glaube ich, her. Au, ja, rennt durch mich durch, rennt durch mich durch, bitte.